Hallo da draußen und herzlich willkommen. Bevor ich über das Bild hier vom Matthias Schreiber Rede möchte ich kurz noch mal was anmerken. Also alle Sachen, die ich hier vorschlage, Änderungen oder Ideen, das ist einfach eine Anregung für den Fotografen. Wenn ihr mir ein perfektes Bild schickt, wo mir auch selber nichts einfällt, dann werde ich auch zu dem Bild nichts weiter sagen können oder vielleicht nur so ein paar Punkte oder Ideen. Alles, was ich hier sage, ist einfach meistens aus dem Bauch raus, meine Meinung und natürlich könnte man sagen, hey Sven, auch bei deinen Bildern könnte man das ein oder andere besser machen. Kann man immer, das kann, das sagt jeder Fotograf von sich. Ich versuche euch eine kleine Idee zu geben und ihr könnt das da draußen umsetzen oder sagt, nö, so wie das Bild ist, so gefällt mir das. Zum Beispiel dieses Bild, das ist Matthias, ganz ehrlich, das ist ein perfektes Bild, weil die Entwicklung stimmt. Das ist gerade und, also hier gibt es erstmal nichts zu meckern, also nichts zu meckern. Man könnte vielleicht ein paar Dinge anders machen und die werde ich dir erzählen. Das wird auch ein bisschen dauern, obwohl hier gar nichts zu machen groß ist, aber für dich beim nächsten Mal vielleicht ein paar Punkte, worauf du mal achten kannst. Ja, und ihr da draußen, ihr denkt bitte erstmal dran, vielleicht zu warten, bis derjenige schreibt, von dem das Bild ist und wenn ihr sagt, hey, das ist doch super, dann ist das so und meine Meinung ist dann vielleicht schlecht. Aber ja, ich habe heute, wie gesagt, ein paar Kommentare bekommen, die ich nicht gut finde. Klar kann man immer mäkeln, auch meine Bilder müssen nicht jedem gefallen. Ich mache auch keine, ich bin auch kein Superfotograf. Das habe ich nie behauptet, nur weil ich einen YouTube-Kanal habe und manchmal auch meine Meinung sage, heißt das nicht, dass ich automatisch deswegen ein Superfotograf sein muss, der alles kann und alles immer richtig macht. Auch ich mache mal Fehler, auch ich übersehe mal was. Gut, aber jetzt zu dir, Matthias, zu deinem Bild. Kulturpalast in Dresden, ziemlich aktuelle Aufnahme. Eine 7R Mark II, Kamera habe ich auch, tolle Kamera, finde ich immer noch, braucht man nicht ersetzen. Ein Sony G-Master, 24 mm, beneide ich dich ein bisschen, ist eine tolle Linse, aber ich bin ja nun mal kein Autofokus-Liebhaber. Gott sei Dank hast du mal nicht mit Offenblende gearbeitet, sondern mit Blende 8, was dazu führt, dass das auch in den Ecken super scharf ist, das Bild. Ich habe da kurz reingeguckt, also da brauche ich jetzt auch nicht wirklich was zu sagen oder rein zu zoomen. Die Entwicklung ist, passt, ja, das ist eine Aufnahme und die stimmt, da ist alles richtig gemacht. Ich denke mal, du hast, denke ich mal, mit Lightroom entwickelt, du hast ein bisschen retuschiert, das ist vollkommen normal. Ich weiß jetzt nicht, was du retuschiert hast, aber das passt alles soweit. Es gibt nur einen Punkt und das ist wieder so ein bisschen die Perspektive. Jetzt habe ich ja auch schon mal ein Bild vorgestellt, das war aus Dresden, das war auch aus Dresden, nee, das war aus Potsdam, Entschuldigung. Nicht aus Dresden, aber diese Perspektive. Hier, du hast einen super Weitwinkel, also das ist schon ein Weitwinkel, was ein bisschen mehr ist. Das ist jetzt kein extremes mit 15 Millimeter, da wäre die ganze Sache noch schlimmer. Das ist 24 Millimeter, aber das ist im klassischen Sinne schon ein ordentliches Weitwinkel. Punkt. Dabei ist natürlich, wenn du nach oben hältst, hast du diese perspektivisch stürzenden Linien. Und ich weiß jetzt nicht, ob du da was korrigiert hast, aber ich würde noch mehr korrigieren. Das Problem bei der ganzen Sache ist, und das zeige ich dir jetzt mal im Rohrkonverter, das Problem bei der Sache ist, du müsstest, wenn du diese Aufnahme machst, weiter weg gehen. Denn wenn man das jetzt ein wenig korrigiert, haut hier oben der Fahnenmast ab. Und du hast hier seitlich eben diese Schräge. Und damit müsstest du ja das Bild dann abschneiden. Und dann fehlt dir eben was. Wenn du also so eine Aufnahme machst, mach sie nicht so knapp. Du hast 42 Megapixel. Geh so weit zurück, wie du kannst, dass einfach rechts und links und oben und unten viel mehr Luft ist. Wenn du hier dir ein paar Megapixel abschneidest und du nicht gerade vor hast, damit eine Hauswand zu bedrucken, mach dir keinen Kopf bei 42 Megapixel. Geh ein bisschen zurück und alles ist gut. Dann musst du auch nicht so steil nach oben fotografieren. Damit ist die notwendige Korrektur auch nicht. Ich meine übrigens keine Korrektur auf 100%. Das müsste etwa so sein. Kann man das irgendwo einblenden? Vorhin habe ich es irgendwie gesehen. Macht aber jetzt nichts. Also das, wie gesagt, das wäre zu extrem. Das finde ich auch nicht gut. So ein wenig, um es einfach zu mindern, diese stürzenden Linien, macht die Sache angenehmer. Das ist eine Möglichkeit. Du hast jetzt hier ein Gebäude fotografiert. Warum du das fotografiert hast, weiß ich nicht. Es ist jetzt eine architektonische Sache. Vielleicht stehst du drauf. Das ist ein interessantes Gebäude. Und ich kann mir vorstellen, dass man da ganz viele tolle Bilder machen kann. Gerade auch mit deiner Optik. Ich gehe mal raus, dass du das nochmal siehst. Jetzt, also das hier ist vorher. Ihr anderen auch. Das ist nachher. Man könnte jetzt noch andere Korrekturen anbringen. Aber wie gesagt, damit man die machen kann, muss man mehr Luft lassen. Das ist mein Tipp. Und wenn ihr so viele Megapixel habt, scheut euch nicht davon auch mal was abzuschneiden. Ihr tut euch da. Es passiert nichts. Es gibt keinen Beinbruch deswegen. Das wäre meine Idee. Was ich machen würde, Matthias, und das siehst du gleich in den nächsten Bildern, von dem nächsten Fotografen aus Köln, der auch so ein extremes Gebäude, ich sag mal, schief und krumm fotografiert hat. Genau dasselbe könntest du hier auch machen. Könnte vielleicht noch interessantere Bilder ergeben. Also zum Beispiel hier zwischen die Fahnenmassen und dem Gebäude stehen, irgendwie schräg hoch. Dass hier einfach viele Linien sich kreuzen, treffen. Da kannst du so viel spielen. Also dieses Gebäude gibt mit Sicherheit einiges her. Und das könnte auch nachts super gut aussehen, wenn das drinnen beleuchtet ist. Vielleicht auch wieder mit Wolken, mit Sterne. Also hier kann man sich austoben. Es gibt Gebäude, da hat man wirklich Spaß dran. Und gerade so ein Bau, ja, dieser Look von dem Bau, das ist einfach sehr speziell. Das wäre, was ich dazu zu sagen habe. Ich hoffe, Matthias, du siehst dir auch noch den zweiten Teil an und dann kommst du vielleicht auch auf Ideen. Denn das ist auch ziemlich interessant, wie ich finde. Danke übrigens für das Bild. Kommen wir zum zweiten Fotografen, dem Gerd. Und mit deinem Nachnamen habe ich Probleme. Poike, würde ich jetzt mal sagen. Lieber Gerd, du hast mir zwei Bilder geschickt. Wir haben da auch, glaube ich, kurz drüber geschrieben. Und ja, weil da ging in der Übertragung was schief. Das eine Foto kam nicht an. Und ja, wie hast du geschrieben, dass diese beiden Fotos zusammengehören, um einen Sinn zu ergeben. Gut, das hatten wir schon besprochen. Ich finde jetzt deine E-Mail auf die Schnelle nicht, spielt keine Rolle. Ich zeige beide Bilder und wir reden jetzt mal einfach drüber. Also prinzipiell, das ist ein tolles, geiles Gebäude. Aufgenommen übrigens mit einer 60D und dem Canon EFS. 10 bis 22 Millimeter. Die eine Aufnahme ist bei 12, die andere Aufnahme bei 13. Bei Blende 8 auf jeden Fall. Belichtungszeit spielt in dem Moment keine so große Rolle. Wobei das eine ein Sechzigstel ist bei ISO 100. Ja, also das passt. Bei der Brennweite sollte das auch kein Problem sein, wenn man einigermaßen die Kamera festhalten kann. Ja, entwicklungstechnisch finde ich bei diesem Bild die Wolken einen Tick zu hell. Da ist mir vielleicht so ein Hauch zu wenig. Ja, es ist mir ein bisschen zu hell. Ja, also das könnte man vielleicht ein bisschen besser machen. Mich stört ein wenig dieser Laternenmast. Wenn der jetzt einzeln stehen würde, also zum Beispiel hier, wäre es okay. Aber er steht hier vor dem Gebäude und ja. Ja, des Weiteren stört mich, dass hier oben die Ecke fehlt. Da wird wahrscheinlich jeder mit mir einig sein. Die Perspektive, dadurch, dass das so ein bisschen schräg ist oder so. Oder man hätte es noch schräger machen können. Hier muss jetzt nichts gerade sein, weil das Gebäude ist zwar gerade, aber gerade das Schiefe wäre interessant gewesen. Was super geil kommt bei so einem Gebäude, ist auch mit einem Fischauge zu arbeiten. Aber man muss eben, ja, sein Bild da wirklich suchen. Das ist möglich. Entwicklungstechnisch sonst, hier unten ist alles richtig. Also da möchte ich auch nichts mäkeln. Hier sind die Wolken toll, aber hier oben finde ich sie einen Tick, wie gesagt, zu hell. Da muss man aufpassen, nicht so kontrastreich machen, was hier unten vielleicht schon passiert ist. Mit der Belichtungszeit noch mal gucken. Ich kenne jetzt die Kamera nicht ein bisschen. Also das ist keine kritische Aufnahme. Wie gesagt, hier oben, dass die Ecke abgeschnitten ist, das passt mir nicht so ganz. Ja, du hast ja geschrieben, dass die irgendwie zusammengehören. Natürlich gehören beide Aufnahmen zusammen und das ist Nummer zwei. Und diese Aufnahme, die hast du quadratisch gemacht. Hier hast du definitiv am Himmel gespielt. Das sieht man auch hier unten. Perspektive, kann man sich drüber streiten. Also das ist Geschmackssache, da möchte ich auch nichts weiter zu sagen. Wenn du aber wirklich jetzt so ein Gebäude hast und sagst zum Beispiel, also ich weiß, du hast das nicht so gemeint mit Gehören zusammen. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, so einen Bilderrahmen dir kaufst, dann findest du in der Regel Bilderrahmen für drei Bilder. Cool wäre es also zum Beispiel drei quadratische Bilder in einen länglichen Bilderrahmen zu machen, weil die ja zusammen gehören, dieses Gebäude. Vielleicht kommst du ja da nochmal hin, wenn du da wohnst, ist das ja kein Problem. Und dann könntest du dir auch noch überlegen, hier raus ein quadratisches Bild zu machen. Und eben noch ein drittes, was nochmal anders ist. Und dann hast du wirklich ein richtig cooles Set. Du musst dann aber gucken, dass die Wolken ziemlich ähnlich sind, also dass die Entwicklung nicht grob voneinander abweicht. Hier könntest du das Bild auch noch um 45 Grad drehen, dass das also nochmal in diesem Quadrat anders aussieht. Also ganz viele Möglichkeiten. Das Gebäude ist auf jeden Fall super toll und interessant. Und man muss das nicht gerade fotografieren, wie im vorhergehenden Video, weil hier sind genug Geraden. Jeder weiß, dass das Ding gerade ist. Und gerade diese schiefe Sache könnte interessant sein. Es könnte auch interessant sein, ja, noch mehr hier rein zu zoomen, die Reflexion hier zu haben, nur hier den Himmel zu haben und praktisch hier und hier das Bild enden zu lassen, mittag quadratisch oder auch rechteckig. Also ganz, ganz viele Dinge. Von der Entwicklung grundlegend ist das Bild gut. Wie gesagt, das hier und hier unten, das Blau, es tickelt zu arg. Das ist so kitschig Blau, Postkarten Blau, sagen da manche auch. Oder habe ich schon gehört, dass das Leute sagen. Und ja, ich finde das sehr interessant. Ja, wie gesagt, ist Geschmackssache. Ich würde da ganz anders dran gehen. Du hast die jetzt so gemacht. Ich weiß nicht, was ich viel verbessern würde, außer wenn du alle in einem Format bringst, alle mit einer ähnlichen Entwicklung, dann hast du da ein tolles Set, was man auch an die Wand hängen kann. Und ich finde das Gebäude, das ist schon geil. Auch hier die Reflexion in den Scheiben finde ich super cool. Also gerade hier, und da hast du ja wirklich Glück, dass die Scheiben anscheinend geputzt sind. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass das nachts der Knaller ist, hier Fotos zu machen. Genauso bei der Aufnahme. Dann musst du aber die Lampe hier wahrscheinlich weg haben. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten, Gerd. Und ja, es gibt nicht viel zu kritisieren. Also Perspektive, gerade weil du so hoch fotografiert hast, die passt. Vielleicht noch mehr Ausschnitt, noch mehr interessante Punkte. Also auch dieser Glas, dieses Glastreppenhaus, dieser Fahrstuhl, der hier ist. Es gibt da so viele Dinge, ja, mit mehr Tele, mit weniger Tele, nimm ein Stativ mit. Und du hast da ganz viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, nachts könnte ich mir vorstellen, dass das richtig geil kommt, da Bilder zu machen, weil da auch so viel Glas und Licht mit Sicherheit ist. Das ist ein langes Video geworden, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt, ja, vielleicht auch Ideen bekommen. Dieses, das ist ein Krankenhaus. Ich muss gerade noch mal gucken. Ich glaube, das ist in Köln, ne? Ich glaube, es ist in Köln. Ja, steht ja auch hier oben. Da steht es im Dateinamen Köln. Also, falls jetzt irgendjemand sagt, ich bin demnächst in Köln, dann sucht einfach mal dieses Gebäude. Ich glaube, die stehen am Rhein. Und, ja, dann mal los, ne? Ich danke euch, euch beiden, dem Gerd und dem Matthias, für die Bilder. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Video. Tschaui, tschüss. Ihr wisst ja, euer Sven.